Noch mal den Blumenchaunen. Schöne Licht. Perfekt. Ähm, wen wollen wir? Kaido und Co. Einfach alles. Perfekt. Hey, das ist von... Grafik jetzt von Omega. Die Distanz, mega. So, dann wird sich bei dem Metall... ...so ein Sprint nach vorne... ...und so wie. Oder umgekehrt. Aber auch zum Herzen... ...und so ein Gegner. Da kann ich dann, äh... ...Tecke oder Drake. Dann habe ich meinen Drift. Komm. Ich gucke es mal hin. Okay, erstmal Reise damit. Jetzt drücken es mal vorne. Reise vorne gegen den Gegner. Ja, das ist da. Ich habe eine Heepung. Und ich habe eine Heepung. Oder eine Heepung. Jochen, der ist eben hier. Ich habe mich mit 3 Millionen gelevelt, ich kann es mir echt sparen, ich kann das nicht sein. Ich habe die Standardfähigkeiten, um die zu testen. Die X kommt auf jeden Fall raus, die ist ja mal richtig schlecht. Jaja, der hat so eine Biestbruch vergessen, der kann sich so in den Kino verwandeln. So, Kaido ist schon da. Den ist dann gekämpft und vorbei ist nicht. Ich habe Angst, dass die Mission dann wieder vorbei ist. Den gehe ich erst mal hinten auf Jack. Check. Die Pfeiler kommt auch in meine Richtung, habe ich das Gefühl, perfekt. Dann muss ich schlecht nicht so verglauben. So will ich es noch. Wo ist das jetzt nochmal? Eins, wenn man von der Verspunt an die Glieder baut. Ich habe das ein bisschen rechtfertigt, was ich, die ich öffne. Ich habe den Kino-Kator-Kator, die ich in den Kino-Kator-Katorre. Der Kino-Kator-Kator-Kator. Der Kino-Kator-Kator. Der Kino-Kator-Kator. Der Kino-Kator-Kator. Der Kino-Kator. Oh, was hat das denn Wurzupacken? Oh, und Steck. Jetzt auch weg. Erst Dino, dann Mammu. Und jetzt auch. Oh, jetzt mal durch die Kleinung. Was ist das für eine Attacke? Wow, 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 wow. Hier hat sich mal richtig gelohnt. Oh, Wolfgangs muss nicht umgesammelt haben. Ach nee, da da. Das war so eine sehr witzige Perspektive, weil ich so nah an der Wand stand. So, Kaido ist anscheinend nicht von der Wurke weggekommen. Hurra bin ich. Und zwar wird schon bei uns und Sägen. Aber wenn, 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 wenn. Ich bin, wenn, 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 wenn ja, verglebe ich nicht, wenn, wenn oder, wenn. Okay. Kurven kann man damit nicht fahren. So. Weiter weg. GG. WP. WP. WP WP WP